Musik Als wir in Bayern angefangen haben mit den Hitmarkten, kannte uns keiner. Aber mittlerweile haben wir uns einen richtig guten Namen erarbeitet. Musik Wie ich dann nach Bayern gezogen bin, musste ich mich auf die Spezialitäten von diesen Bayern einstellen. Wie das erste Mal ein Kunde zu mir kam und sagte, er wollte Hirnwurst, den habe ich angeschaut wie siebte Weltwunder. Musik Auch im Sommer produzieren wir sehr viel Bratwurst zum Grillen, unter anderem 16 verschiedene Sorten, von der Currywurst bis zur ganz normalen Bratwurst. Musik Wir haben auch sehr viele hochwertige Kunden, die auch gerne mal bereit sind, für ein gutes Stück Fleisch, frisches Fleisch, auf einen Euro mehr auszugeben. Also nach meiner fünfjährigen Tätigkeit am Schlachthof, wo man eigentlich steril vor sich hin arbeitet, oder stupide, macht es sich hier im Hitmarkt sehr viel mehr Spaß, weil man speziell mit dem Kunden persönlich umgehen kann. Musik 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 Musik